Die traditionelle Weinkost auf der Innsbrucker Herbstmesse präsentiert sich diesmal im neuen Kleid. Vier Innsbrucker Top-Gastronomen, unter ihnen La Coppa, Chef Gerhard und Andreas vom Andreas Stüberl, bieten im Untergeschoss der Halle 3 von 9 bis 1 Uhr Unterhaltung der besonderen Art. Neben kulinarischen Feinheiten gibt es auch ein täglich wechselndes Musikprogramm. Der Eintritt zur Weinkost ist natürlich frei und die Weinkost wird auch heuer zu den beliebten Treffpunkten der Herbstmesse zählen.